Und hey Leute, willkommen bei einem neues Video. Diesmal wollte ich mit euch mal so Fortnite spielen, ne? Ja, ich wollte mit euch, weil ich hatte mal von Standard-Skill, ich hab ihn lang nicht mehr geguckt, ich wollte ihn mal gucken, weil das schon am richtigen Bart. Ja, der hat mal so ein Video gemacht, da er in diesem Vulkan richtig lange überlebt hatte. Also, der hat voll lange überlebt, also der hat die ganze Zeit Zelt benutzt, hat genommen, ja, hat er sowas eben gemacht. Ja, das wollten wir jetzt mal ausprobieren. Ihr könnt gerne bei ihm nachgucken, Standard-Skill, ja, dann ist das ein Vulkan. Ihr findet das bestimmt, also der versucht in einem Vulkan zu überleben. Ja, also wünscht mir Glück, okay? Okay, Leute, wir fangen jetzt an. Also, es wird cool, bis wir sterben. Ich hatte das gerade eben nochmal gemacht, wollte mal nur ausdessen, ich bin Platz 3 geworden, ich hab richtig lange überlebt. Wie geht es um den Vulkan? Wir brauchen so viele von diesem Leben, wie es nur geht, okay? Leute? Ja. Ja, ihr hört hier jetzt gerade nichts. Ne? Also, der da bin ich, dieses Mädchen. Also, wir landen hier. Oh, das ist gerade weit weg. Aber es ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Gut, Leute, wir landen da jetzt. Wir dürfen von da uns nicht weggehen, wir müssen da bleiben. Also, wir dürfen von da nicht weggehen, okay? Also, ich habe auch gerade Kopfhörer an. Ja, also, kann sein, dass die reden. Also, ich habe jetzt auch quasi ein Team gemacht, aber ist ja nicht schlimm, Leute. Letztes Mal habe ich aber extrem viele Geschenke gefunden. Ich wollte da jetzt eigentlich alleine landen, aber meine Teammates wollten da gerade. Hier, hier sind schon mal Zelte. Das ist gut. Wir brauchen ein Zelt. Spider-Man-Hunt brauchen wir nicht, sondern nur ein Zelt. Warum ist das pink? Nein, nein, nicht ausruhen. Nicht ausruhen. Wir brauchen das. Nein, ey, das ist... Mann, der wollte es einfach abbauen. Okay, hier ist Heil. Gut. Ich habe jetzt schon Leben verloren. So gut bei Fortnite bin ich jetzt auch nicht. Das kam auch plötzlich raus. Ich mache weitere, wenn mein Kommentar vielleicht an ist, weil manchmal ist das an und manchmal aus. Ja. Dann könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ich nochmal ein von diesem Video machen kann. Schnell. Wir dürfen nicht sterben. Oh nein, ich darf das hier nicht verlassen. Oh Mann, ich darf jetzt nicht sterben. Ich bin tot. Ich glaube, ich verstecke mich lieber eine Weile. Weil... Das ist nicht gut, wenn wir jetzt sterben. Und meine Teammates können auch reden, weil ihr hört die ja nicht. Wenn ihr wollt, könnt ihr die hören. Ich kann dann ruhig Mikrofon abmachen. Okay, gut, Leute. Also brauchen ganz viele Sachen. Nein. Oder auch, jetzt können wir die ja ausführen. So, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Okay, gut. Hier sind noch mehr. Und hier ist nochmal ein Spider-Man-Hand. Aber das brauchen wir jetzt nicht. Das Einzige, was wir brauchen, sind nur noch Heilsachen. Wenn unsere Teammates solch reden können, können sie uns ja geben. Okay, hier ist nochmal ein Zelt auf dem Boden. So viele Zelte brauche ich jetzt auch mal wieder nicht. Eine reicht. Oder zwei zum Sicherheit, falls der andere auch abgeht. Okay, das ist gut. Jetzt haben wir nochmal von diesem Heil. Das heilt sofort. Und ein Geschenk. Könnten wir gebrochen. Was ist da? Eine Palm. Ja. Sollen wir jetzt benutzen? Komm, um die anderen Leuten zu kennen. Ja, ich komme ja schon. Ja, unser Teammate ist leider gestorben. Natürlich heilen wir die. Es kann auch sein. Das wäre richtig cool, wenn wir einen epischen Sieg holen. Wir nehmen schnell seine Karte. Dafür wird eine goldene Palm-Parm. Passiert ja bei uns nichts. Oh, der hat eine Krone. Ich hoffe, wir holen einen epischen Sieg. Och man, ich komme schon. Warum stehren hier so viele? Ich mache dir mal. Vielleicht können die anderen das ja nehmen. Och man, jetzt muss ich die goldene Palm wieder nehmen. Ich markiere das für mich. Ich mag es nicht, den hier zu töten. Toll. Mann. Oh, der nübkig. Nice. Nein. Spiderman-Hand brauchen wir jetzt nicht. Wir können die beiden markieren. Und das. Und das markieren. So. Meine Damen und Herren. Ja, machen wir das ja schon. Weil umgehen mit denen. Ja, diese, diese Dinger brauchen wir jetzt nicht so. Weil wenn man die einmal zinkt bei Zonen. Weil wenn man die Träger wieder schaden bringt, dann bringt die nichts mehr. Die machen dann nur noch voll wenig Schaden. Mann. Ich muss jetzt wirklich die beiden heilen. Das ist unmöglich. Ich bin der Einzige, der hier überlebt, obwohl ich nichts mache. Wie geht das? Okay, ich habe zwar nur einen einzigen Gegner getötet, aber trotzdem. Ich hoffe, die heilen zwei auf einmal. Das muss schnell gehen. Gut. So, jetzt macht, was ihr wollt. Wir brauchen jetzt. Ja, was wir jetzt brauchen ist. Heil. Was denn sonst? Und Heil finden wir. Ja, okay. Das hier könnten wir nehmen. Das ist nützlich. Ich mache mal ein Screenshot, weil das sind so viele Heilsachen. Wir haben nicht mal eine einzige Waffe. Das tut gut, Leute. Okay, gut. Was wir jetzt machen. Erstmal fast alle Kisten öffnen. Das nehmen wir. Was anderes brauchen wir nicht. Oh, danke. Aber das brauche ich gerade nicht. Hier, mal teilt es sich. Ah. Sollen wir die jetzt holen? Guck, ihr seht ja diese blaue Markierung. Ich versuche die dann. Ach, weißt du was? Mir ist das jetzt völlig egal, ob die sich heilen oder nicht. Dann kannst du ruhig machen. Komm, wenn wir... Komm, wenn wir... Ah, ich habe eine Idee. Ja, da ist der Angel. Mit der Angel weiß ich, was wir damit machen können. Ähm, wir können... Ähm, wir können... Ähm, angeln. Ich weiß was, wir können damit angeln. Da kommt die Zone. Ja. Komm, wir angeln. Ein bisschen so. Na, das war zu spät. Ich kann einfach viel angeln. Okay, ein Fisch hätten wir. Ich habe eine Idee. Ich begabe genau hier hin. So. Und... Nein, es ist leider nichts. So, Leute. Und... Was ist das? Wo ist der Fisch? Nein, der Fisch ist runtergefallen. Komm. Ich tausche ihn jetzt einfach gegen ein Medkit, weil... Medkit... Weil... Was ist besser eigentlich? Medkit oder... Ich habe eine Idee. Ich mache so. Das tun wir jetzt da hin. Und lasse das dann da auch fallen. So. Nein, das war zu spät. Zu früh, meine ich. Nein, oder? Oh, das ist zu spät. Ja, das ist zu spät. Gut, wir haben die drei schon. Jetzt sammle ich die mal so ein. Ja, geht leider nicht. Angel brauche ich jetzt nicht so. Was ist das denn? Äh, okay. Das interessiert mich schlecht. Das interessiert mich nicht so viel. Davon haben wir jetzt zwei und eine davon. Gut. Oh nein, das Zelt brauchen wir noch. Ja, das brauche ich jetzt. Okay, die Zone kommt. Die Lernanpum brauche ich jetzt nicht. Hallo, die Zone kommt. Geht weg. Ich bleib jetzt mal hier. Äh, ich markiere die Sachen, falls ich die noch brauche. So. Die laufen aber, die dürfen die nicht nehmen. Die sind für mich. Guck, Leute. Und da ist schon die Zone. So, es fängt. Komm, wir können mal so ein bisschen noch so wegrennen, ne? Egal. Ab, was bringt das? Das ist ein Zeitpunkt. Okay, gut. Gut, gut, gut. Hier und jetzt zeige ich mir erst mal den Trick mit dem Zelt. Man macht so. Geht da rein. Und jetzt verliert er auch Schaden. Und genau wenn er kaputt geht, nehmen wir es. Das ist kaputt und wir haben es genommen. Seht ihr? Und der hat jetzt wieder ganz Leben. Und das ist der Trick, den ich mache. So, so. So. Und genommen, Leute. Verliere ich jetzt überhaupt keinen Schaden. Und da ist das, was ich mir machen kann. Und da ist das, was ich mir machen kann. Komm, ich will das nicht mehr so sagen. Und das ist das, was ich mir machen kann. Und das ist, was ich mir verliere. das jetzt jetzt kriegen wir leben und schon ist das weg das hatte ich gemeint jetzt trinken wir das wieder jetzt kriegen wir wieder leben und jetzt ist es schon wieder weg jetzt benutze ich einmal von das da so lange suchen wir mehr stimmt es gab es doch so eine stelle da wo ganz viele fische sind wir gehen da jetzt mal hin hier war ja doch oder hier irgendwo war der auch ganz schnell benutzen und jetzt mit kids also es läuft doch schon gut muss ich sagen und wo es jetzt die stelle da wo diese ganz viele fische sind war die hier nicht toll schade ja das mache ich wieder mal gucken wie klein schon die zone ist ja schon klein wir sind also schon gut voran gut leute und schnell nehmen jetzt benutzen wir mal den fisch mal gucken was der bringt gut der bringt jetzt nicht so viel aber ist ja nicht schlimm nehmen schnell wieder platzieren jetzt muss ich den zelt kaufen wo muss ich wo muss ich jetzt gerade in das zelt kaufen ich glaube jetzt muss ich das nochmal kaufen schnell nein ich darf jetzt nicht da nein leute wir haben es nicht geschafft ja schade also es wäre das coolste wäre jetzt dass der gegner von der zone gestorben wäre ja also wir haben es nicht geschafft das war es mit dem video nochmal wenn es euch gefallen hat lasst einen daumen hoch wenn nicht abonniert tschau